Schön ist es natürlich immer, wenn man Kostüme gleich am Schauspieler, der sie trägt, ausprobieren kann. So wie zum Beispiel hier, in diesem Fall bei Rainer Kanz als Pinocchio. Gott sei Dank habe ich keine Esel so an. Das lässt sich ändern. Du bist aber nicht Gott. Das nicht, aber der Regisseur. Untertitelung des ZDF, 2020